Ja, hallo? Hallo? Grüße Sie, Hoffmann hier, Agentur für Energieberatung. Sie hören mich soweit gut? Hallo? Hallo, hier Hoffmann hier von der Agentur für Energieberatung. Ja, jetzt kann ich Sie hören. Ja, die Verbindung war kurz weg. Bin ich mit Rakic zu Linder verbunden? Ja, guten Morgen. Guten Morgen. Wir hatten ja damals versprochen, Herr Solinder, dass wir uns sofort melden, sobald Ihre Energiekosten erneut gesenkt werden können. Ja. Und da haben wir jetzt grünes Licht im Raum Hosum. Deshalb schauen wir da gemeinsam nochmal nach, was wir Gutes für Sie tun dürfen. Was ist mit dem grünen Licht bekommen? Bitte? Was ist mit dem Licht passieren? Mit dem Licht? Ja. Nein, es geht darum, dass der Energietarif, der Preis günstiger wird. Also der Ablauf bleibt so, wie Sie es aktuell haben. Das bleibt gleich. Das einzige, was ich finde, das ist der Preis. Und das bekommen Sie in schriftlicher Form nach Hause. Ja, und was ist mit dem grünen Licht? Was haben Sie gesagt? Mit grünen was? Grünes Licht? Den Licht bei den Lampen? Nö, das war darauf bezogen, dass der Tarif, also dass wir jetzt die Möglichkeit haben, ihn das zu aktivieren. Also quasi freie Fahrt dafür. Sie haben jetzt die Möglichkeit dazu, Ihnen den günstigeren Tarif zu vermitteln. Ja, ist das dann Ökostrom wegen grünes Licht? Kommt drauf an, wenn Sie, das hat ja damit nichts zu tun. Meinen Sie das ernst? Wie meinen Sie? Meinen Sie das ernst mit dem grünen Licht und dem Ökostrom? Ja, wenn Sie sagen, grüne Licht, ich verstehe nicht, was Sie meinen? Ja, grüne Licht bezieht sich nicht auf den Strom, sondern das war darauf bezogen, dass wir jetzt die Möglichkeit haben, ihn den Tarif freizuschalten. Grünes Licht heißt ja immer, kennen Sie beim Zug oder bei der Ampel, da fahren Autos ja los, bei grün. Und so ist das jetzt auch. Das war nur eine Redewendung her. Ja, okay, wenn Sie nicht so gut Deutsch sprechen, aber Ökostrom sehr gut. Wenn Sie möchten, klar, finden Sie auf jeden Fall gut, wenn Sie das unterstützen. Das ist ja, der eine macht es, der andere nicht. Aber Ökostromoption wird für Sie vom Preis her sich nicht ändern. Das heißt, die Ökostromoption ist ohne Aufpreis, ne? Also der Preis bleibt trotzdem so, ob Ökostromoption oder nicht. Wir schauen einfach mal kurz nach, was da für Sie am besten in Frage kommt. Einen kleinen Moment. Also 25813 Husum ist die Posterzahl, ne? Ja, das ist korrekt. Okay, wie viele Personen leben denn bei Ihnen aktuell im Haushalt? Wir sind meine Frau, ich und fünf Kinder. Sie, Ihre Frau und fünf Kinder, okay. Also insgesamt sieben Personen, ja? Ja, aber wir haben bei Garten, wir haben einen Ziegenstall und denen auch viel Strom brauchen. Okay. Gut. Haben Sie einen separaten Zähler für Ihren Ziegenstall? Ähm, nur das weiß ich gar nicht, aber das ist alles von RWE, alles Strom machen. Ja. Okay. Gut, ähm, wir schauen einmal kurz rein bei Ihnen, kleinen Moment, ungefähr, wie viel zahlen Sie denn im Monat? 80 Euro. Für alles mit Ziegen? Zusammen? Mit der Ziege. Also mit, haben Sie eine Ziege im Ziegenstall? Das sind drei Stück. Drei Stück, okay. Okay. Ähm, ja klar, die verbrauchen ja nicht so viel Strom, ne? Oder was haben Sie denn da drin im Ziegenstall? Haben Sie da Wärmeanlagen drin oder haben Sie da Beleuchtungsanlagen, solarenergie? Wir haben Beleugnung, wir haben den Water Refresh in den, ähm, den Wascheraufbereitung und den Wärmen bei den Winter. Achso, ja klar, muss ja, ne, wenn es zu kalt wird, ne? Ich meine, das geht ja meistens in Deutschland noch, aber Sie sollen es ja auch warm haben, ne? Ja, weil das sind, das sind den indischen Bergziegen, den Brocken warmen Temperaturen, äh, den, ähm, den warmen. Sie haben indische Bergziegen? Ja. Okay. Okay, dann gucken wir mal ganz kurz da rein, was wir da für Sie haben. Ja. So, ja, also der optimalste Sparmieter für Sie in der Region, Herr Solinder, wo Sie auch wirklich, ähm, die komplette Familie inklusive Ziegen am günstigsten versorgen mit Strom, ja? Ja, ja. Äh, gucke ich doch mal rein, das ist die Lecker Energie. Lecker. Äh, hier werden Sie wieder, genau, Lecker, ne Quatsch, die SWK Energie GmbH, also die Stadtwerke Krefeld, ne? Ähm, die Lecker Energie nicht, sondern die Stadtwerke Krefeld, hier werden Sie als Neukunde begrüßt mit einem Arbeitsplatz von 23,000 Euro. Ja, ich muss einmal kurz aufschreiben, einen Moment bitte, warte, 33? Nein, 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 23,61. Ja, ja, ja. Ja, ja. Ja, ja. Ja, genau, ja, das haben wir dann da, und wichtig ist für Sie, also der Grundpreis kann man sich auch notieren, der ist, auch nur noch 7 Euro und 91 Cent brutto pro Jahr, äh, pro Monat. Was ist denn bei den Jahren? Ja, mal 12, ich rechne das mal kurz aus, kleinere Moment. Na, ich bin nicht so gut in Mathe, Entschuldigung. Ne, ich auch nicht, muss ich zugeben. 94 Euro und 92 Cent im Jahr, also 94 Euro und 92 Cent pro Jahr. Okay. Genau, wichtig ist, Sie haben eine Preisgarantie von zwei Jahren. Ja. Und, äh, die Laufzeit ist auch zwei Jahre, also die Laufzeit schließt ab mit Ihrer Preisgarantie. Sie wissen ja, es ist sehr wichtig, ähm, dass dementsprechend die Garantie nicht nur ein Jahr ist und Sie haben zwei Jahre Laufzeit, dann wird es ja im zweiten Jahr immer teuer. Ja. Genau, und deswegen, ähm, wird es so eingerichtet und dann haben Sie auch fortlaufend den günstigsten Preis, ähm, die, ähm, bei Ihnen ist ja die Stadtwerke Husum der Grundversorger, ne? Ja, die sind dann richtig. Genau, ne, das heißt, die sind weiterhin für die Wartung der Leitung und Zähler zuständig und auch für die Ablesung, also wenn nachts der Strom ausfällt, weiter die gleichen Menschen anrufen, ne? Ja. Ähm, Sie bekommen nun eine Rechnung von einem günstigeren Anbieter, also der Strom wird günstiger für Sie eingekauft. Alles weitere bleibt, wie Sie es kennen. Ja. Das bekommen Sie aber erst mal schriftlich nach Hause. Ja. Sie überprüfen das bitte nochmal mit der Familie, ne, vergleichen es mit den Unterlagen. Hm, hallo? Und, äh, ja, ich bin auch da, Herr Solinder. Jetzt hatten wir wieder, äh, den Leitung war, äh, Unterbrechung. Ja, ja, war kurz weg, genau. Ne, das passiert manchmal, ne, aber Sie verstehen mich noch gut, ja? Ja, wieder alles, alles okay? Okay, super. So, dann haben wir dann, ähm, das auch da, also Sie bekommen das nach Hause, Sie überprüfen das nochmal, Sie müssen sich auch überzeugen, dass der Arbeitspreis günstiger ist. Und Ihre aktuellen, äh, haben Sie ja noch den Vertrag, ne, wo Sie auch haben den Preis und, äh, die ganzen Sachen, äh, das legen Sie nochmal gegenüber, ne, und es wird dann gleichzeitig der Termin errechnet, ab wann Sie mit dem Spartarif belieferbar sind, ja? Ja. Und, ähm, da haben Sie, also ich kann Ihnen das nicht genau sagen, äh, wie viel Ersparnis Sie haben, weil man ja noch nicht genau weiß, wie viel Sie verbrauchen, ne? Ja, ist das jetzt, äh... Ob Sie jetzt, äh, einmal die Heizung im Stall anmachen oder nicht, das weiß man ja noch nicht, ne? Oder, äh, je nachdem. Und, ähm... Und dann müssen wir, äh, die kommen wirklich alle drei Jahre und gucken halt nach dem Wohlergehen der Tiere, ob Sie die Haltung auch vernünftig machen. Ja, weil das, äh, das ist, äh, das ist, äh, Washington Artenschutzübereinkommen, das sind gefährdeten Tieren und wir haben, äh, Sondergenehmigung, weil wir Zucker machen. Ja. Ja. Das sind sehr, sehr seltenen, wertvollen Tieren. Eine ganz doofen Frage, mal von mir, ich kenne mich da nicht, ich meine, ich halte jetzt selber Reptilien, ne? Ich habe nur einen Chamäleon, keine Ziegen. Aber muss man den steuern? Genau, einen, einen Panther-Chamäleon, ne? Aber der kommt nicht aus Indien, sondern aus, ähm, Madagaskar. Wo machen Sie, wo haben Sie den Chamäle hinstellen? In einem, äh, Hochterrarium. Und manchmal in meinem Wohnzimmer. Den Chamäle. Chamäleon, nicht Chamäle? Na, so. Chamäle ist zu groß. Ich dachte, sie wollen... Chamäle ist zu groß, wenn meine Wohnzimmer. Ich dachte, sie wollen mir lustig machen. Ne, ne, kein Chamäle, Chamäleon, kleines Reptil. Ja, das mit den... Beim Chamäle kriege ich Ärger von meiner Frau. Aber warum denn? Das sind sehr zäure. Ja, aber vielleicht... Ich wollte gerade sagen, Chamäleon, äh, Chamäle ist vielleicht pflegeleichter als meine Frau. Oh, ja, okay. Wissen Sie, bei uns, bei uns in Indien, da ist das so, wenn sie, äh, mit dem Auto fahren, bei den Straßen, und wenn sie bei, äh, bei einer Frau fahren, dann muss der Mann von der Frau, der muss den Schaden bei dem Wagen bezahlen. Aber wenn sie mit, äh, mit dem Auto fahren, bei einer Ziege, dann müssen sie den Ziege bezahlen. Das ist, bei uns ist das nicht so schlimm wie die Frauen. Ja, okay. Das ist mir neu. Ja gut, das ist natürlich dann, äh, schwarzer Humor, sagen wir mal, ne? Ja, das ist eine, eine Witz bei Indien, da sagen den Frauen, die kannst du weglegen, aber den Ziegen, die sind sehr wertvoll. Werde ich mir merken, vielen Dank. Was war mit, mit der Besteuerung von den Ziegen? Ja, deswegen wollte ich fragen, müssen Sie, äh, Steuern zahlen für die Ziegen? Ähm, ja, wir haben bei Ordnungsamt anrufen, denen sagen, du musst keine Hundesteuer bezahlen. Wir haben, äh, Zollzahlen bei Import, weil wir bringen von Indien mit, äh, mit Containerschip, sehr, sehr teuer, weil den, äh, bei Einkaufspreisen, da musst du ja, äh, Zollabgaben bezahlen bei Import. Und den Futter, sehr teuer, aber, äh, den, keine Steuern zu bezahlen. Okay, das ist ja schon mal sehr gut, ne? Ja, muss man für den Chameleon Steuern bezahlen? Äh, nein, man muss das nur anmelden, da es halt unter Artenschutz steht. Genau. Ähm, jedenfalls kommt jemand vorbei, der sich halt einmal sich davon überzeugt, aber das machen die nicht, die sie, ne? Das habe ich noch nie erlebt, ne? Aber man muss es auf jeden Fall anmelden, damit man weiß, wo das Tier gehalten wird hier in Deutschland, ne? Ja, weil bei den Chameleon ist es ja schwierig zu kontrollieren, weil den kann sich ja verstecken. Und dann kommen die Kippen und dann kann man das gar nicht finden. Ja, das stimmt, das Chameleon kann sich verstecken, das stimmt. Das ist ein bisschen einfacher dann, ne? Ne, also alles gut, das brauche ich nicht verstecken, der hat ein großes Terrarium. Ich meine, dem geht es besser als da, wo man ihn her hat, ne? Von daher, ne? Gut, also wir machen einmal den Tarif für Sie fertig, damit Sie das schriftlich erhalten, ja? Ähm, und dementsprechend ist wichtig, also Sie bekommen dann erstmal schriftlich nach Hause, das dauert ungefähr sieben Werktage, ja? Dann haben Sie das Ganze schriftlich da. Ja, wichtig ist, ich brauche bitte einmal die Stromzählernummer und die Kundennummer, damit man sie auch findet zur Identifikation. Oh mein Gott. Äh, wenn Sie so gut werden, einmal kurz nachzuschauen, ich helfe Ihnen auch dabei, die kann ja mal nicht auswendig, ne? Mmh, jetzt brauche ich den Vertrag und ich brauche die Zähler. Äh, ja, eine Verbrauchsabrechnung geht, ein Vertrag, wenn Sie den haben, ist einfacher. Der muss auch nicht von diesem Jahr sein, das kann auch ein Alter sein, das ist kein Problem. Jetzt muss ich überlegen, wo mein, äh, wo mein Ziege, äh, meine Frau, den Sacken hinlegen. Ähm, ansonsten muss ich einmal kurz bei den Keller laufen, einen Moment, da werde ich mal die Nummer gucken. Okay. Weil du weißt jetzt nicht, wo hat die den Vertrag hinlegen, kann mit Nummer helfen, dann wird wissen, äh... Also wäre super, wenn Sie, wenn Sie das auch am Zähler selber machen können, ansonsten ist ja wichtig, die Kundennummer oder Vertragsnummer, die steht ja nicht auf dem Zähler, dann müssten Sie da auf irgendeinem Schreiben gucken. Welches ist egal, das muss keine Abrechnung sein, aber die Kundennummer ist wichtig, ne, dass Sie dann das Schreiben haben. Kann ich Sie einmal den Zählernummer geben? Ah, sind Sie schon da? Ja, das ist einmal den Treppen runtergehen. Achso, okay. Ja, kann ich, das ist drei, fünf? Ja, kleinen Moment bitte. Ja. So. Ja. Äh, 307. 307, ja. Äh, 245. Bitte was? 245. 245? Ja. Okay, also 353, 07, 245. Ja. Was steht denn an dem Zähler dran, also als Bezeichnung vor der Zählernummer? Äh, dann steht sich in AEG Wechselnstromzahler. Okay. Okay. Äh, haben Sie dann auch NR Punkt? Äh, wie meinen Sie? Hallo? Okay, also Sie haben Wechselstromzähler, Herr Solinder, ja? Ja, ja. Und dann steht... Okay, haben Sie denn reparate Zähler auch, weil das Problem ist, Wechselstromzähler können wir nicht umstellen, weil Sie dann einen separaten Tarif haben. Haben Sie denn auch ganz normale Zähler separat oder nur den Wechselstromzähler? Und ich habe diese Zähler bei die, äh, bei die, ähm, bei die Keller? Mhm. Ja. Das kann man nicht machen. Ja, kleiner Blick mal kurz, Herr Solinder, ich muss mal ganz kurz nachfragen, ja? Bleiben Sie ganz kurz dran, bitte. Ja. So, also Wechselstromzähler technisch, da haben Sie ja auch sowieso, habe ich gerade gehört, sind Sie da, Herr Solinder? Äh, ja, ja, hallo? Super. Sie haben ja einen landwirtschaftlichen, denke ich mal, äh, Tarifvertrag auch mit Ihrem aktuellen Stromversorger, weil Sie ja auch, äh, bezüglich des Stahls, das auch haben, nehme ich mal an. Ja, wegen dem Ziegen. Ähm, da haben Sie ja schon Konditionen, die braucht man gar nicht optimieren, weil Sie da schon einen günstigen Tarif haben, ne, deswegen können wir das auch gar nicht anbieten und wird auch keinen Sinn ergeben, ne? Ähm, beim Gas könnten wir, da haben Sie denn, Sie sagten, Sie haben ja auch Gas, da ist die einzige Option, wo man Ihnen noch helfen kann. Ja, wir haben Gasherd und den Heizern. Gasherd, und da müssen Sie auch einen separaten Gaszähler haben, oder? Äh, ja, der, 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 den Gaszähler, den habe ich da, ja. Also Gaszähler haben Sie auch? Ähm, ja, wir haben Gaszählung. Okay, ja, wenn Sie die Gaszählung, beim Gas können wir dann auch mal schauen, Herr Solynder, ob sich das bei Ihnen lohnt. Ja, und, äh, beim Strom, da haben Sie einen guten Tarif dann, ne? Wir sind nicht in der Lage, den Wechselstromzählen umzustellen. Oh mein Gott. Und jetzt habe ich mich schon freuen. Sie, Sie, Sie mir immer auslachen, da ist nicht in Ordnung. Nee, ist nicht in Ordnung. Nee. Ja, ich bin da so ein bisschen Zwiegespalten gerade. Ich hoffe, Sie verstehen, was ich meine. Ja. Ähm. Was sehen Sie bitte? Ich würde sagen, äh, Zwiegespalten. Ziege? Ziege, ganz genau. Ja, den Ziege. Was ist mit den Ziege? Ist ja, ist Ziege eigentlich ein Paarhofer, oder wie ist das? Ja, möchten Sie einen Ziege kaufen? Einen Ziege kaufen? Gerne. Wie viel? Äh, 3,4. Wie viel? Wie viel? 3,5? Ja. Können Sie nehmen für Hochzeiten oder zu den Ausgestopfungen und dann kann man dann, äh, Deal machen. Ausgestopfungen sind aber sehr makaber, ne? Ja, warum denn? Manche Menschen, die mögen, äh, wenn den Ziege gestorben, die mögen, den nicht weggeben. Und dann können die bei uns bringen und dann wir Ausgestopfungen machen. Ja, okay. Ja. Also für den, für den Ziegenankauf ist dann mein Kollege zuständig, also, Linda. Ich glaube, eventuell hat er, äh, hat er Interesse. Ja, kann ich dann bitte mit dem Kollegen sprechen? Ähm, weil er kommt aus, 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 aus Pakistan. Oh, Madagacke. Und, äh, ne? Äh, 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 dementsprechend, äh, können Sie ja mit ihm nochmal sprechen. Ja. Weil ich glaube, die, äh, ist ja gar nicht so weit weg von ihm. Ja, kann ich den dann bitte sprechen? Hallo? Ja, hallo. Wer ist da? Jo, jo, äh, hören Sie mich? Ja, bitte von Pakistan? Ja, ich bin von Pakistan, das richtig. Oh, Madagacke. Wie bitte? Wird du ein Ziege kaufen? Der Kollege sagt, sie mögt denn vielleicht ein Ziege erwerben. Lass den mal, ich will. Okay, äh, warum beleidigen Sie, warum beleidigen Sie denn rum? Wer, wer, wer ist was mit dem Rum? Warum beleidigen Sie denn rum? Welchen Rum? Äh, ne, warum beleidigen Sie rum? Warum reden Sie so verstellt? Ja, Sie können auch richtig reden. Was soll ich machen? Sie können auch richtig reden. Sie haben doch gar nicht so einen Akzent. Was würd du, was würd du mir sagen, Madagacke? Wie bitte? Was bitte? Was würdest du mir sagen? Ey, red sie doch mal richtig. Was ist los mit Ihnen? Ich meine, haben Sie ein Problem oder was? Reden Sie doch mal richtig. Ja, ich habe mein Problem, meine Ziegen ist krank. Und du bist von Pakistan und wir sind Todfeinde von Indien und Pakistan. Wir werden Krieg machen, weil meine Ziegen sind besser, okay? Sie werden Krieg machen, weil Ihre Ziegen besser sind. Hände mal, sagen Sie mal, haben Sie viel Freizeit oder wurde Ihnen einfach ins Gehen gekackt? Meine ernsthafte Frage, weil Sie können sich nicht mal richtig formulieren. Ich meine, Sie beleidigen ihn rum. Ich habe mit Ihnen ganz sachlich geredet und dann kommt sie mit irgendwelchen Beleidigungen und sonst was. Du willst mir Vertrag andrehen? Das ist keine sachlichen Reden. Ich möchte gar keinen Vertrag andrehen. Da können Sie doch mal richtig reden. Sie haben doch gar nicht so einen Akzent. Also brauchen Sie doch gar nichts zu tun. Reden Sie doch vernünftig. Madayakar, wie redet du mit mir, okay? Ich werde bei Indischen Botschaft gehen und werde Anzeige machen. Ich werde bei Indischen Botschaft gehen und Anzeige machen, ja? Hände mal, warum, was ist los mit Ihnen? Ne, ernsthaft, reden Sie doch mal richtig. Was ist das mit mir? Madayakar, was hast du mit mir gesagt? Madayakar, was hast du mit mir gesagt? Madayakar, 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 Madayakar. Madayakar, was hast du mit mir gesagt? Madayakar, is dasana sicherlich? Madayakar, ei People Willst du bei meinem Ziegenstall kommen? Ich gebe dir einen Sonderpreis für Ziegenficken, Madayakka. Du kannst deine Ziegen selber ficken, pass mal auf. Du kannst hier nur ein bisschen sagen. Oh, hast du viel Spaß bei den Callcentern, Madayakka? Wie Callcenter? Das ist kein Callcenter. Ja, natürlich geht das in deinem Callcenter.